Oh nein. Das hört sich nicht nachm Androiden an. Das hört sich eher an nach einem... Ich kauf mir keinen Drive Club. Definitiv nicht. Oh, 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 oh. Alter, gewick, 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 gewick. Alter, gewick. Alter, gewick. Oh, fuck. Scheiße. Fuck. Aua. Ja toll, sperren sie das Tretmaus ab. Ich werde es mit der Playstation Plus Version erstmal testen. Genau, richtig. Aber ich weiß jetzt schon, dass The Crew meiner Meinung nach für mich persönlich besser wird. Ich wiederhole es nochmal, für mich wird The Crew definitiv besser. Weil ich da viel mehr Möglichkeiten habe, mit meinen Freunden zusammen zu spielen und... Oh nein, wo haben wir denn ges... Oh nein. Oh Gott, wo wir gespeichert haben. So weit weg. Oh Gott. Okay, also heißt es für uns... Go, 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 go. Ich glaube, hier unten war noch was gewesen, ne? Ja. Hatten wir denn... Woah, was? Was? Ah, 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 ah. Alter. Alter, wo kommt der denn her? Alter, wo kommt der denn her? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt der denn her? Hä? Boah. Ey, das gibt's doch nicht. Hä? 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 Ach du Kacke. Oh Mann. Fuck. Das gibt's doch nicht. Oh. Wo kommt denn auf einmal her, dieses scheiß Vieh? Das war doch vorher nicht da. Im Treppenhaus. Was kann ich heute für den tun? Kannst du das im Bild ein wenig heller machen? Ähm. Obwohl eigentlich... Eigentlich bis jetzt hat sich noch keiner großartig beschwert, dass es zu dunkel wär. Ich kann auch die Taschenlampe anmachen, wenn's hier zu dunkel ist. Ähm. Eigentlich hab ich's schon so gut wie, wie man's spielen sollte. Wieso hören wir uns so komisch an beim Laufen? Ich darf nicht rennen. Ja, mhm. Äh. Wo haben wir denn als... Ich... Ne, Moment. Wieso hören wir uns denn so komisch an beim Laufen? Versteh ich nicht. Stimmt, wir waren ja hier als erstes gewesen und haben abgeschaltet, ne? Das war das ja. Ich vergaß. Genau. So. Hm. Wo kommen wir denn hier lang? Jetzt hat er einen Brownie in der Hose. Oh ja, einen Brownie. Mein Gott, 111 Zuschauer. Ihr seid denn Wahnsinn. Vielen... Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid zur Let's Play Live Show heute an diesem schönen Sonntagabend jetzt schon mittlerweile. Normalerweise Let's Play Live Show immer Freitags und Samstags ab 20 Uhr. Ja, Freitag, Samstags 20 Uhr. Oder halt Reflex GER, mein YouTube Channel. Äh. Nicht rennen. Nicht rennen. Okay, Schlüsselkarte benötigt. Das sieht... Ähm... Das... Das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Der Trailer ist nicht lieb. Reflex GER. Mein YouTube Channel, da seht ihr's. Wie lange das Spiel zum Durchspielen braucht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das war mal ne sehr lange Zigarette. Oh! Höh! 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 Kiewik, 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 kiewik. Oh, wir sind jetzt grade dunkel geworden. Hallo? 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 Werbung geht leider nicht in den Jux. Warten auf... Wat? Plus und... Auf... Und ich hole mir auch... Neufklage, beziehungsweise... Okay. Warte. 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 Mittwoch kommt glaub ich dann für Plus auch dann, ne? Die kostenlose Version. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube da lang. Ich glaube schon. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Oh mein Gott. Ja, der Nightbot funktioniert irgendwie nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, den kennen wir ja. Okay, aktivieren Sie den... Umgehungsbefehl. Hinter der Rezeption. Sind wir da jetzt nicht schon? Schauen wir mal. Vielleicht ist das ja hier schon alles. Oh, ein Zugangs... Was? 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 Geh, geh, geh. Wo krieg ich denn den scheiß Zugangscode her? Sieben, sieben, acht, neun. Woah! Alter, geh weg! Geh doch 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 weg! Ich bin doch nicht lecker. Ich bin nicht lecker. Ich schmecke nicht nach Erdbeeren. Das wiederum... Ich schmecke... Neh, 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 ne. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh, einfach weg! Was war das? 7789, glaub ich, ne? War das gewesen? Pfff, oh mein Gott. Ja, ich will eingeben. 7789 war das, ne? Oder? Ja, äh, abspielen. Fuck. Alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Haben wir das jetzt schon gemacht? Mein Mann wollte essen, habe ich es auch schon ein Teil verpasst. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, 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 oh. Dü, 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 dü. Ja, hierhin, aber ich habe doch im Terminal doch schon aktiviert. Oder muss ich noch irgendwas anderes machen? Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Ah, jetzt, ja. Leise. Wow, alles am blinken hier. Und die haben schon lange nicht mehr gespeichert. Ich könnte echt einen Speicherpunkt jetzt wirklich mal... Einen Speicherpunkt gebrauchen. Und ich weiß nicht, wo einer ist. Aber ein Speicherpunkt wäre echt super. Weil jetzt alles wieder von vorne wäre echt assi. Ist der gut oder ist der böse? Hallo? Aber ich glaube, der ist gut, ne, oder? Ja, der... Ne, der hat rote Augen. Oder? Ah, der hat... Okay, der hat weiße Augen, glaube ich. Ich brauche unbedingt einen Speicherpunkt. Unbedingt. Ich muss speichern, weil sonst... Sieht's echt böse aus, wenn ich gleich sterbe. Ich brauche einen Speicherpunkt. Komme, was wolle. Hier wird bestimmt keiner sein. Wo, Kumpel, wo gibt's denn hier einen Speicherpunkt? Ach, da. Oh, ich seh ein Telefon. Oh, ich seh ein Telefon. Oh. Oh, nein. 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 Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Nein. Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Das... Gott, das war ein Punkt vom Speichern. Das gibt's doch nicht. Nein. Wisst ihr, wo wir jetzt wieder sind? Oh. Boah. Fuck. Boah. Ein Punkt vorm Speichern, ey. Mann. Fuck. Ach, nee, ey. Mann. Aber umso besser. Umso besser für euch und umso besser für mich. Denn wir werden hier an dieser Stelle am Freitag weiterspielen um 20 Uhr. Ja. Ich werde heute den Stream für heute, für jetzt hier beenden. Ich bedanke mich für alle, die da gewesen sind. Alle, die fleißig geschrieben haben und alle, die da waren. Äh, äh, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, am Freitag um 20 Uhr, Let's Play Live Show geht's weiter. Einfach in der Suche eingeben, LPLS um 20 Uhr und dann findet ihr mich schon. Und, ähm, ja, Samstag natürlich auch Let's Play Live Show. Und natürlich spielen wir hier an dieser Stelle weiter, Alien Isolation. Und vielleicht spielen wir dann durch. Und dann spielen wir natürlich anschließend den Überlebensmodus. Also, bleibt dran, seid gespannt, besucht mich auf YouTube, ReflexGR. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr... Vielen, vielen Dank, Dank, Dank. Vielen, vielen Dank, Dank, ist auch gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid an diesem schönen Sonntag. Und, äh, ja, besucht mich, wie gesagt, YouTube, ReflexGR. Und nächsten Freitag, nächsten Samstag, 20 Uhr, Let's Play Live Show einschalten. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao.